die Jo 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 und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren brasiligen Folge von Star Wars Battlefront heute spielen wir mal wieder Helden versus Shorken wie auch in der Jubiläumsfolge und heute werden wir mit dem Imperator anfangen Bam 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 und das Mikrofon wackelt denn ich schüttel meinen Kopf weil ich zu sehr Bam 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 irgendwie ist das witzig wenn ich das den Kopfhörer aufhabe und Bam 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 dann mich so ein bisschen mich so zusammenziehen so zusammen so ein bisschen mit mehr Stimme mache dann wackelt das Mikrofon warum man weiß es nicht wir spielen hier trotzdem den Imperator und das sieht eigentlich nicht so gut aus und er kriegt richtig gezogen 40 HP wir haben keine Blitze wir haben keine Blitze warum warum haben wir keine Blitze aber warum jetzt kann ich mich heilen sehr schön Bubba ist da und scheiße das könnte der Tod für uns bedeuten Imperator blitzt ja und ich hab nichts mehr Imperator Imperator der Imperator sehr schön und dann wird mal wieder ich kann absolut nicht die Musik nachmachen das sieht man hier leider immer noch nachkommentierte Folge by the way wie ihr wahrscheinlich schon in der letzten Folge miterlebt habt ich hoffe dass sie es in der letzten Folge miterlebt habt so viel werde ich dazu sagen Infanterie geschützt und ja leider auch am Stück aufgenommen was heißt leider ist mir eigentlich egal letztendlich finde ich Ohr 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 So wir werden Komm hier 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 Luke ist das ich weiß es nicht das haben Han 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 Bubba noch ein Tupper Oh moin der hat keine Chance Bubba Ladung Luke SE 14 C am Start Damit habe ich glaube ich sogar einen geholt auf jeden Fall war das in dem Fall okay ich hätte vielleicht mit der Armbrust mehr erreicht ja definitiv aber die hatte ich da noch nicht freigeschaltet jetzt habe ich sie freigeschaltet das nur kurz by the way ich werde nämlich äh am morgigen Tag heute ist nämlich der 16. Erste und ich werde am 17. was aufnehmen eventuell auch schon am 16. aber wahrscheinlich nicht also nein ich werde morgen also was aufnehmen das wird leider aber wahrscheinlich erst so in zwei Wochen kommen es kommt halt darauf an wie schnell ich hier mit dem nachkommentieren durchkomme und zwar habe ich nämlich immer Probleme beim exportieren äh der Videos da äh ist Windows 10 funktioniert nicht mit Magix äh 2015 ist das glaube ich ja sehr schön da 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 äh 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 so wir fliegen direkt mal einfach nur so aus Spaß ich finde also im Grunde könnte ich mich jetzt auch irgendwo auf dieses Fluchtschiff Jabbas Siegler äh machen aber das wäre zu sinnlos von daher BÄÄM das ist Boba Fett das ist Boba Fett ich finde Boba Fett sehr stark Flammenwerfer finde ich nicht so krass muss ich sagen vielleicht bin ich aber auch zu blöd ihn auf ich glaube wenn man auf den Jetpack oh ja wenn man auf den Jetpack schießt dann äh was macht Luke da man weiß es nicht ein Jetpack ist fast leer 90 AP 86 und meiner ist wieder voll ich einfach tut ja genau das ist eigentlich aber okay abgesehen davon sehe ich hier auch gar keine Gegner Leia ist down dieses Schild Boba Vader ja wenn das Luke gewesen wäre hätte ich einpacken können denn Boba Bobas Jetpack ist sehr schön Kill Assist tschüss wer ist da ah ah gut Assists ja finde ich auch uhuhuhu aber Luke ist voll Luke ist komplett voll warum hat ihn niemand angegriffen aber an der Jetpack muss ich auch erstmal aufladen da ist er nur ein weiteres Ziel thanks ja ja boba was ist das das sehen aus wie irgendwelche gangligen Köpfe ah das war's nicht für mich aber jetzt holt mich Luke ja den noch holen den auch noch schön ja ja okay aber das war's dann wahrscheinlich auch oder komm es wenn Luke die Kiste jetzt holt ne das wär hart wahrscheinlich hat er wer wehe wehe Luke schafft es jetzt wehe Luke schafft es jetzt wehe Luke schafft es jetzt Leute okay ich war auch Lappen aber what the füc what the fuck what the füc das kann doch nicht sein bam bam jetzt kommt wieder das bam 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 ja ja so heute übrigens es gibt wieder ein Thema der Episode heute das Thema der Episode welcher Charakter gefällt euch am besten in diesem Spiel mir persönlich gefällt am besten äh Boba Fett einfach weil er am meisten Spaß macht am wenigsten gefällt mir ähm äh Lea Organa weil sie am wenigsten Spaß macht Pff Pff ist Geschmackssache am meisten wird ja mit Boba Fett gespielt kann ich wie gesagt eben auch voll verstehen am wenigsten mit der Impa- ähm mit dem Impa- mit dem Impera- mit dem Imperaator was ich um zu sagen nicht ganz nachvollziehen kann pfff wobei pfff er halt auch nicht so effektiv ist er um den Imperator und sagt Wailer gegen die Rebellen ab Boba Fett ist ebenfalls weich Boba Fett ist ja dann am Ende eigentlich so gut ist Boba Fett eigentlich gar nicht er ist halt nur ein Klon ne das muss man eigentlich auch bedenken von Django ist ja ein oder ist er nein ich glaube er ist gar nicht der Sohn er ist ein Klon wird glaube ich irgendwann mal gesagt ja komm ah Mist scheiße da ist dieses Helden ab Helden up also ich finde das so bei Walker's Soul ist das bei mir in Letters halt richtig oft so ich sammle ungefähr einmal pro 5 EP pro 5 mal ein Heldenobjekt ein so dann freue ich mich hart und dann ist es so hart am Ende dass kurz bevor ich den Kill holen will ist vorbei das habe ich doch gefühlt jetzt werde ich wahrscheinlich genascht ja sie geht natürlich nur auf mich komm die ist doch so gut wie down ja jetzt bin ich auch Schocktruppler intelligente war jetzt nicht so klug abgefeuert komm ach komm ja komm der muss doch noch nie noch jemand anhauchen dann ist der weg das ist doch mittlerweile lächerlich hier das ist doch nicht mehr normal so wie das bam bam du 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 ich werde das Thema Episode den bt es 1 kann nicht然 Deswegen, das, so wird das heißen, bam, bam, bü-bam, bam, bü-bam, und deswegen versuchen wir jetzt mit dem dunklen Lord vorzurücken. Ähm, by the way, ich hatte tatsächlich mal überlegt, etwas, ähm, musisches auf YouTube hochzuladen, ähm, vor ein, zwei Jahren, so, äh, mehrere, äh, Comedy-Videos. Mal gucken, wie das hier so läuft, sag ich mal so. Leia, du hast keine Chance, keine, das war's für dich, Chance. Okay, das war schon zu leicht, das war zu leicht. Was macht Boba da? Ja, erstmal 100 gegeben. Er steht da einfach rum, denkt sich, warte, füge. Alter Mann. Vader. So. Es kann sein, dass die Aufnahme kaputt gegangen ist, fällt mir grad auf. Aber, man weiß es ja nicht. Weil es erst 2 zu 3 steht und ich denke, dass sie hier fast vorbei ist, aber, äh, ich weiß es nicht. Bam, 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 bam. Dü, 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 3 zu 3. Okay, es scheint nicht so, das imperialer Truppler 14-7 ist absolut inakzeptabel im Bereich. Wir achten jetzt mal erstmal nur auf das Verhältnis, weil sonst stehen wir nämlich nicht so gut da, leider. Aber, ich denke, die Letzlappenserie hat sich schon etwas verbessert. Sie ist jetzt nicht mehr Letzlappen, Lappen, sondern nur noch Letzlappen, Lappen, Lappen. Äh, ja. Und von daher ist auch, äh, ich sag jetzt mal ganz primitiv, mein Skill etwas gestiegen. Auch, weil ich das Spiel jetzt einfach schon mehr kenne. Jo. Dass, dass, damit, dass ich damit was geholt habe, hätte ich ja nicht A280C. Die ist ja fast wie die A380. Was? Dü, 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 da oben steht, ist das Boba nächsten Truppler. Tatsächlich. Tatsächlich. Schon wieder! Ist ja nicht so, als hätten wir es schon oft genug gehabt. Bam, 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 bü, bam, bü, bam. Mit der verschnupften Stimme versuche ich hier, den dunklen Lord nachzumachen. Ja. Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich hier, ah, 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 da, auch wenn ich hier komplett eigentlich nur im Bett liegen und sterbenskrank nicht bin. Da macht man, by the way, keine Witze, von daher, sorry. Ich bin, äh, sehr gut von Vader. Ja, aber wir sind so gut wie da und das können wir vergessen. Bam, bam, bü, dü, 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 dü. Mit einem Schuss. Und den Schocktopfer verpasst. Egal. Oh, hallo, hallo. Was? Ein Lucky... Scheiße. Och, Mann, das haben wir jetzt nicht verloren. Och, komm. Leute, Leute, 15, 11, das ist im akzeptablen Bereich, ist aber mehr drin. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Ein Abonnement wäre krass. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.